Ist der Newsletter, den ich von RentenBescheid24 bekomme, kostenfrei? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn ich den Newsletter von RentenBescheid24 abonniere, ist das für mich kostenlos. Über eine kurze Info wäre ich sehr dankbar. Seit längerer Zeit stellen wir ein Newsletter für interessierte Kunden von RentenBescheid24.de zur Verfügung. Mehrmals im Monat mit Informationen rund um das Thema gesetzliche Rente oder aktuelle politische Ereignisse im Zusammenhang mit der gesetzlichen Rente. Unsere Newsletter sind kurz, übersichtlich und prägnant. Die Zahl der Interessenten, die unsere Newsletter buchen, steigt und steigt. Aktuell haben wir 5000 Menschen, die unsere Newsletter von RentenBescheid24.de abonniert haben. Die Buchung unseres Newsletters ist für Sie absolut kostenfrei, unverbindlich und bindet Sie im rechtlichen Sinne nicht. Sie gehen mit uns keinen Vertrag ein, müssen kein Entgelt als Gegenleistung für eine Bereitstellung des Newsletters zahlen. Unsere Abonnenten können jederzeit den Newsletter abbestellen, ohne dass ihnen Nachteile entstehen. Wir freuen uns über jeden neuen Newsletterbesteller. Bleiben Sie mit unserem Newsletter immer auf den Laufenden, auf der Höhe Ihrer Rentenzeit. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen in RentenBescheid24.de. Näheres zum Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.